Na, na, let's poppin' guys Oh mein Gott Geflucht oder was? Anna Muskarottenkurven Hat dich gerade im Schritt gekratzt? Leute, habt ihr das gesehen? Valorant bis Stunde Zuckerberg! Ich würde sagen, ich habe das Mikrofon gekillt Alles um mich herum stirbt Vielleicht wollen sie Freunde werden Das ist André Aber das ist Sprüh Können sie auf ein Dreierdate gehen? Er ist schüchtern Er ist schüchtern Aber manchmal lässt er auch voll raus Das ist Oh Gott Oh mein Gott Michael ist aber sehr launhaft Manchmal hat er auch schlechte Laune Dann sieht das so aus Darf ich Können wir da einfach eine WG aufmachen? Mein Stuhl sucht Freunde Wie soll ich das machen? Was? Das selbe Schwein hat mich zweimal getötet Was ist Lehm? Wird durch das Zerstoßen von Sand und Kaktussaft in einer Möse hergestellt In einer Möse? In einer Möse? In einer Möse? Hahahaha Ähm Hm Gleich hin bis Esther Herr Newstern gerade als langsam Nein So wird Mehl hergestellt Aber halt schwer vom Begriff Lehm hergestellt Geist Also Oh ich hab Angst Oh da ist er noch hier Alter das ist so komisch Oh nein du hast angegertet Das ist mega dumm Du hast es so gesehen Das ergibt überhaupt keinen Sinn Oh die ist schon echt so sack Oh der ist schon wieder so rum Und der Wolf Was ist denn los mit dem? Hahahaha Ah ich hatte noch Fehl an Oh das wäre gefehlt Jetzt Scheiße Das ist einfach ein Real Life Simulator Alte Menschen stehen mitten auf der Straße Und wisst nicht wo sie hin sind Sehr schön Ja Und ich hab auch so ein tiefes Loch Deswegen merk ich das nicht Ach bitte red nicht weiter Wieso? Du hast ein tiefes Loch Ja Und jetzt gerade ist es sehr feucht Und riecht wahrscheinlich nicht gut Ich nehme das alles mal so zu erkennen Danke What? Oh Muschikatze Oh Oh Weiß sie jetzt Oder fängt sie an zu pupsen Nein? Oh sie ist einfach cute Oh Oh Der Geist ist da gerade hingelaufen Nein Die Frage ist Was ist ein Vater ohne Führerschein? The Walking Dead Oh mein Gott Den merk ich mir Den merk ich mir Den merk ich mir Den merk ich mir Der kommt mindestens 10 mal 10 mal zum RP Einsatz Ich sag es euch 10 mal Mindestens Könnt ein Counter machen Nein 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 Scheiße Ich hab mich verklickt Transformer in noch schlechter Entschuldigung Aber Transformers war schon immer so schlecht Noch schlechter geht gar nicht Das einzige was gut war an Transformers Waren die Möpse von Megan Fox So Jetzt bin ich auch ein Jetzt bin ich ein Professor Und einer Twitch Streamer Hey Diggi Dankeschön Mit der mies Aber die Barbe die um sieben Monat Bartcam hier Der Kam macht aber komische Geräusche Wenn ich abgeholt werde Ich hab gedacht das ist bei mir Oh Mann Ich wollte anfangen zu streamen Paddelfilter das ist nur das ärgerliche Oder ich muss mich jetzt setzen Oder sowas Im Sitzen Oh mein Gott Ich hätte mich fast verschluckt Habt ihr das gesehen Ich hab meine Objektivkappe Boah ist ja fast passiert Ich hab alle ganz lieb Außer Dalu, Toro, Jen, Shagasuki, Edo und Toro Ich dachte du hast mich lieb bei Louis Also Edo ist ja ganz lieb immer zu mir Versuch mal Alt und T4 gleichzeitig zu drücken Und ob man dort was in dir aufhören und legen kann Oh nein Alt F4 Och Och Mann Scheiße So naiv Würde mir niemals passieren Du kommst hier rein Okay, Kali als Elsa, let's go Man muss immer seine Vorteile kennen In meinen Händen sieht alles groß aus Wieso sage ich sowas? Übrigens Ich hab ihm diesen Dildo auf die Stirn geklebt Und den haben wir dann voll lang dran gelassen Und dann hat er hier Im blauen Bluterguss gehabt Am nächsten Tag Und der hat ja eine Woche gehabt oder so Und er musste so zu irgendwas hin Zu irgendeinem, ich weiß nicht, Bewerbungsgespräch oder so Blondierte Haare und einen blauen Fleck auf der Stirn von einem Gummidildo Das war nice So Stopp Also erstmal Oh fuck Einmal im Gang drei wischen bitte Ja Ja Bei Edo P hat halt wirklich auch ein hartes Los Ne Wow Was mag ich an Jen? Ich mag an Jen, dass sie Milchbaum so ähnlich sieht Oh my god Wow Hä? Knechti sagt Ach komm, ich bin schon drüber gewesen Ach so, ja Und das sagt dein Kühlschrankinhalt auch oft bei Ja, doch Okay Ja, okay Entschuldigung Ich glaub das Lightborn Hab dich lieb, Adams Ne, ich glaub er hat sich weggedreht Ne, ne Taschenlampe hat nicht eine Sekunde Ich habe dich lieb Ja Aber warum dreht er sich dann weg, wenn er Lightborn hat? Damit man denkt, er hat kein Lightborn Ne, meine Liebe Volle Boom Money Hey Mo, voll nett von dir, dass du fragst Fühl mich voll geehrt Und du bist eigentlich auch voll der tolle Typ Ne Jede kann voll froh sein, dich zu dayen Aber ich bin's nicht Was gab's zu Weihnachten? Oh, das kann ich ja erzählen, während ich das hier mache Ähm, bei mir gab's zu Weihnachten Socken Es gab's Socken Und es waren sogar die guten Socken von Happy Socks Also die richtig, richtig geilen Also die wirklich, wirklich, wirklich coolen Socken Und ich bin so, ich bin Und, und, und Ich liebe diese Socken Es sind so geile Socken Meine Mama hat meinem Papa ein Taschen Messer? Achso, ein Taschenmesser gekauft Warum hast du das ausge... Ge... 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 Du bist später dazugekommen Genau Dich nehme ich nicht für voll Wenn ich wählen dürfte, wenn das nächste Produkt von Apple rauskommt Ich sag euch, ne Toilette für Kleinkinder zum Trainieren aufs Klo zu gehen Und wir nennen das iPod Der Name ist schon eingetragen Es ist stumpf genug, dass Leute das kaufen würden Oh Mann Und es ist ne Sache, die jeder braucht Weil jeder muss lernen, aufs Klo zu gehen Nicht jeder kann das ja als Content ins Internet stellen Manche müssen auch spüren Oh Mann Habt ihr sein leeren, aber dennoch lächelndes Gesicht gesehen, als er runtergeflogen ist? Das hat mir grad doch irgendwie das Herz zerbrochen Nein Nein F Er konnte, er konnte die Einsamkeit nicht verkraften F Das ist kein schönes Haus mehr Ne Tja Das ist mein Lebkuchenhaus wohl doch schöner geworden Zieht euch mal mein geiles Lebkuchenhaus rein Oh oh Wie geil mein geiles Lebkuchenhaus aussieht Ist schon geil, oder? F Warum genau hab ich das jetzt nochmal gemacht? Kann ich das denn nicht? Das müsste doch irgend... Ah Ah Steinkreuz Pfff Hahaha Gut, das sieht jetzt, ähm 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 Hahahaha Nun Übergabe erfolgt Ich weiß nicht an wen, aber okay Conan, der hundertste Band kommt da jetzt Juchu Ja, juchu So freut sich auch der kleine Verkleinerte Mensch da Wie hieß er noch? Ich weiß das nicht Wie hieß er noch? Ich weiß das nicht Tinichikuda Conan Conan, ja Es steht doch Ich hab Druck jetzt, also ich hab, also... Ich steh... Ich hab' noch einen Rund, wahrscheinlich... Äh... 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 Der Weltrekord findet auf unserer Welt statt, auf unserem Planeten Welt. Unserem Planeten Erde. Ja, stimmt, du hast es. Mein Ehering hat sich in meinem M von meinem Pandora verhangen. Digi, mein Ehering steckt fest. Scheiße. Ich komme hier jetzt auch nicht weg, weil mein Mikro im Weg ist. Wenn du mich fragen würdest, ob 10 Jahre kein Sex oder 10 Jahre kein Anime gucken, würde ich sagen, sehe ich aus, als hätte ich Sex. Ich bin ganz ehrlich, 10 Jahre Anime wäre für mich auch härter. Also... Schatz, dann müsstest du dann leiden. Also 10 Jahre kein Sex. Gucken wir nochmal den Digi-Hau-Artikel. 10 Jahre kein Anime. Dass das Lipgloss ja auch noch irgendwie so die Lippen anschwillen lässt. Kennst du die? Ja, das so einen habe ich ja, so einen Menthol-Scheiß. Scheiße, der macht das auch. Ja, ich habe das an. Meine Lippen fühlen sich dann einfach nur taub an. Ich habe mich verschluckt. Und dann kannst du so lange nicht sitzen, wenn die Lippen so wehtun. Das sind so weh. Oh, ich sterbe. Trinken, trinken. Ich habe gedruckt, aber ich habe mich verschluckt. Ganz kurz, ich kann da noch nicht beitreten. Also ist ausgegraut oder muss ich da mal gehen? Hast du denn sonst noch einen von uns auf... Maluna, das liegt daran, dass du ein anderes Spiel spielst. Wer ist das denn? Was? Du spielst Gold with your friends. Wir spielten Gold. Wer ist das denn? Aber recht. Guck mal! Er hat ein Band genommen. Er hat ein Band genommen für seine Glocke. Kai, Luca. Moment. Ich will noch... Ich will noch einen längeren sehen. Ich sprühe auf, wenn die langen sind. Am besten zwei. Also hintereinander. Nett und freundlich, Regi. Guck mal, da hinten ist mein Fluchttier. Wir bieten euch ein Opfer da. Es ist zwar alt, aber ich hoffe... Aua. Ihr könnt das uns wertsetzen. Ah, nein! Was ist denn das? Alter. Wow! Das Opfer. Oh, was? Ja. Wuttern. Wuttern. Wut... Wut... Wuttern. 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 Doch, es gibt kein Wohler. Überall geht da drauf. Aber erst. Was? Profitorin... Profitorientiert. Das Wort kenne ich noch gar nicht. Was ist das für ein Wort? Das kenne ich noch gar nicht. Ein mir fremdes Wort. Das ist uncool. Ich google das. Profitorientiert. Komm noch zur Wirtschaft, dachte ich mir schon. Profitorientiert. 36 Jahre Lebenserfahrung sprechen hier. Es ist immer zu jedem Zeitpunkt besser, tief zu stapeln und zu überraschen, als eine große Schnauze zu haben und dann abzulosen. Egal in welcher Situation im Leben, es ist immer die bessere Entscheidung, das so zu machen. Profitorientiert. Habt ihr gehört, wie du an mir redest? Hast du gerade zu mir gesagt, geht dir nichts an, mach dein Content? Ja, mach dein Content. Nun. Kannst du einmal zu mir sagen, halt deinen Maul und mach dein Content jetzt? Halt deinen Maul und mach dein Content jetzt! Das würde mich mal interessieren. Bro, das nächste Mal, wenn du einen Bildfehler reinkriegst, versuchen wir das. Okay. Nein, deine Kamera ist genau in dem Moment stehen geblieben. Cool. Herkan, machen Sie was? Machen Sachen! Herkan und Feier. Moin Moinser. Also, ich mach das. Der Moment, als der Stream explodiert. Soll ich's anmachen, oder? Boah! Fuck you! Ich weiß aber gar nicht, wo sie ist, Rinsa. Vielleicht könnt ihr uns helfen, wo auch immer sie ist. Das ist der für eine Bombenmensch. Warum höre ich jetzt einen Alarm? Oh, wow. Okay, die suchen mich schon wieder. Moment. Hallo. Oh, der war... Hä? Hä? Warte mal. Warte mal, warte mal. Habt ihr das gesehen? Ist das laserlich? Achso, warte mal. Ich muss niesen. Warte. Mächtiges Niesen. Danke schön, Chat. Oh, oh. Okay. Oh. Oh, 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 oh. Ja, geradeaus, 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 geradeaus. Weiter, geradeaus. Jetzt. Mach ich jetzt den Anzug. Genau, genau, genau. Mach, 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 mach. Wow. Nochmal, nochmal. Jetzt ist ein Trend geworden alles, um blind zu spielen. Ich hab da nur noch auch letztens gemacht, also die Augen zu und dann. Ich bin in der Shrek an dem Chat. Ich wurde nicht getroffen, geil. Beitreten, Optionen, Überlebens-Tits. Wer kennt's nicht, die Überlebens-Tits? Ich hab das durchschaut. Was sind die sieben Gegenstände, die er mir mitnehmen würde? Für Sam vs. Wiles. Wisst ihr, was ich mir mitnehmen würde? Fun-Krab, jetzt wird's lustig. Chat! Schlafsackmesser, Feuer, Behälter, Zelt. Wisst ihr, was ich mir mitnehmen würde? Sieben Waifut. Na klar! Sieben Waifut nehm ich mit! Jeden Tag 500 Kalorien! Das ist mehr, als alle dort haben! Ja, okay, es ist raus. Es ist raus. Eigentlich hab ich eine Dreiecksbeziehung. Machen wir es offiziell? Es ist jetzt offiziell, Schwein. Also heute doch rumknutschen vor Cam. Aber ich hab halt Knoblauch trotzdem auch gegessen. Ich liebe Knoblauch! Nice und ich liebe dich! Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Aber leider ist es für mich awkward, deswegen werde ich euch jetzt einfach zukünftig flirty ans Essen erinnern, indem ich sage, ich sitze hier wie Gott mich schuf. Hast du schon gegessen? Oh Gott, das klingt zusammen so falsch. Oh mein Gott, no! No! Soll ich euch ans Trinken erinnern? Dass eure Kehle vor euch so bewässert ist? Doch auf Prost! Du hast eine super Stimme, ich bin zu Hause im Heimkino am Werken und höre nur nebenbei zu und da dachte ich mir gerade, die Stimme wäre traumhaft. Ich hätte auch ein Gesicht fürs Radio. Also das habe ich öfter schon gehört, dass mir ganz viele sagen, ey Luna, du hättest wirklich ein Gesicht fürs Radio. Freut mich auch jedes Mal zu hören. Mal gucken. Jetzt sitzt die... Ich habe es nicht verstanden. Okay, okay. Das hat sich erledigt. Upsi. Die Sicht für Radio. Die Sicht und Radio. Achso. Oh. 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 Aber man muss doch sein Headset abnehmen, um richtig sehen zu können. Käse. Ich finde das gruselig, wie wir alle auf dem Haufen laufen. Reinen Sie bitte den Haufen. Das hat sich ein Feuer legen. Wir sind wieder in Schwachung. Da ist ja was passiert. Ähm, was ist... Ähm, ey! Ähm, okay, okay. Gucken wir, was die Welt uns zu bieten hat. Ripp. Das ist so schön, das Spiel. Ripp. Erf in den Chat. Er hat ja beim Schleichen... Die echt korrekt sind. Oh, mal wieder Lust. Lieder zum Beispiel ist eine ganz liebe. Eileenax ist auch eine ganz liebe. Dirk ist eine ganz liebe. Aber ich sage nicht, das könnte eskalieren, wenn ich so älter spiele. Ist nicht passiert! Kannst du mich, wenn jemand angreifen will? Zück hier ich. Eileenax, die echt korrekt sind. Na, Lieder zum Beispiel ist eine ganz liebe. Eileenax ist auch eine ganz liebe. Dirk ist eine ganz liebe. Jetzt. Ist nicht passiert! Falls mich jemand angreifen will, Dirk ist eine ganz liebe. Rücke ich blitzschnell mein Messer. Und schnipse irgendwie mit. Der ist im Kühlschrank. In der Situation, nackt zu sein, dann sei es dir gegönnt, nackt zu sein. Ich habe mal Dark Souls 3 gespielt. Ich habe mir Dark Souls 3 geholt für die Konsole. Ich glaube, war die Xbox damals. Habe das reingeschoben, die CD. Habe gespielt. Bin nicht über das Tutorial hinausgekommen. Habe geflucht wie sonst was. Wie ein Rohrspatz. Habe die Konsole, also habe das Spiel runtergefahren. Habe die CD wieder rausgeholt. Habe die CD zerbrochen. Und habe das Spiel nie wieder angefasst. Und ich bin ein sehr ausgeglichener Mensch. Abonniert Twitch Clips Germany. Dankeschön. Das wird so quinsch, Alter. Oh mein Gott. Abonniert Twitch Clips Germany. Abonniert Twitch Clips Germany. Nein. Guck mal. Nicer.